Natürlich, wir machen ganz viele Wolken und dann scheint nicht mehr so oft die Sonne, aber das hat nichts mit den Chemtrails an sich zu tun. Natürlich, wir machen ganz viele Wolken und dann scheint nicht mehr so oft die Sonne, aber das hat nichts mit den Chemtrails an sich zu tun. Chemtrails, eine frei erfundene Angelegenheit. Wir kommen zu einem Wetter extra über Chemtrails, was da erzählt wird, dass jetzt hier Gift versprungen wird. Dass jetzt damit das Klima verändert werden könnte, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. ...über etwas zu sprechen, was es gar nicht gibt, was es gar nicht gibt, was es gar nicht gibt, aber weil es doch ein paar Chemtrails gibt es nicht. Chemtrails gibt es nicht. Eigentlich nicht ernst zu nehmen. Früher hätte es das in diesem Ausmaß nicht gegeben. Gift versprüht würde. Aber weil es doch ein paar... Natürlich, wir machen ganz viele Wolken und dann scheint nicht mehr so oft die Sonne, aber das hat nichts mit den Chemtrails an sich zu tun. Aber das hat nichts mit den Chemtrails an sich zu tun. Natürlich, wir machen ganz viele Wolken und dann scheint nicht mehr so oft die Sonne, aber das hat nichts mit den Chemtrails an sich zu tun. Natürlich, wir machen ganz viele Wolken und dann scheint nicht mehr so oft die Sonne, aber das hat nichts mit den Chemtrails an sich zu tun. Chemtrails eine frei erfundene Angelegenheit, wo kleine Aluminiumstreifen, wo kleine Aluminiumstreifen, wo kleine Aluminiumstreifen, ein sogenannter Düppel.